Hallo, hier ist Daisy und ich wollte euch heute mal meinen HP90 Goals Planner zeigen und auch ein bisschen über meine Quartalspläne für Quartal 2 2022 reden. Ja, der HP90 Planner ist ein Planer für Autoren und Autorinnen von Sarah Cannon. Das ist eine Indie-Autorin aus den USA. Ja, und der könnt ihr übrigens auch folgen. Ich verlinke sie natürlich. Sie heißt hier Heart Breathings und da habe ich letztes Jahr den Kurs gemacht. Sie hat nämlich einen Kurs zu ihrer Planungsweise oder wie man halt Ziele setzt und die auch erreicht. Also eigentlich Produktivität und ja, generell, wie man eben Sachen macht als Autorin. Das hat mir ziemlich gut gefallen und deswegen habe ich mir für dieses Jahr 2022 den Goals Planner geholt. Ich werde euch den jetzt einfach mal zeigen. Ja, okay. Ich habe den. So, habe ihn ein bisschen falsch gefaltet. Ich habe den drucken lassen bei ePubli. Und da brauchte ich dann natürlich irgendein Cover. Ich habe da einfach ein Stockfoto genommen für hinten. Und für vorne habe ich ein Foto von einem österreichischen Nationalspieler, Louis Schaub, genommen. Der hat nämlich letztes Jahr im November, als ich gerade diesen Planer bestellt habe, quasi zwei Tore für Österreich geschossen. Und da habe ich einfach gedacht, genau so, genau so will ich mich fühlen, wenn ich meine ganzen Ziele erreiche. Und deswegen, ja, ist der jetzt da vorne drauf. Außerdem, ich schreibe dieses Jahr, oder ich habe letztes Jahr im November einen Fußball-Roman geschrieben. Den möchte ich dieses Jahr im Winter herausbringen, passend zur Fußball-WM in Katar. Und ja, da habe ich gedacht, dann passt dieses Foto vorne einfach drauf. Ja, also, HB90. Ich habe dann das Bootcamp quasi auch nochmal mitgemacht, damit man sieht, damit ich quasi voll vorbereitet bin. Das habe ich Anfang dieses Jahres gemacht, oder besser gesagt in den Weihnachtsferien. Ja, und es geht bei HB90 nicht nur darum, dass man Hustle, 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 sondern es geht halt auch darum, dass man weiß, warum man das macht. Und deswegen am Anfang muss man sich ganz viele Gedanken machen darüber, was eigentlich das ideale Leben ist, das man sich vorstellt. Ja, und da hat man dann eben dieses Workbook dazu. Ja, ich habe nicht alles komplett ausgefüllt, aber ja, weil ich habe den Kurs ja schon mal gemacht, nämlich letztes Jahr. Und also das heißt, es war für mich nicht alles komplett neu. Sie hat dann auch immer wieder so inspirierende Zitate mal hier drin. Ja, und dann geht es schon los hier mit Q1. Es geht dann hier los, genau. Also da hat man dann quasi auch nochmal eine Checklist und diese ganzen Visionen und Planungsstatements. Also das, was ich eigentlich schon im Workbook gemacht habe, deswegen war es da nicht so viel. Und dann geht es erst mal los. Man hat dann drei große Listen, mit denen man verschiedene Sachen ausfüllen muss. Da geht es dann What I Need to Do und What I Should Do und What I Want to Do. Und je nachdem muss man da eben ein bisschen anfangen zu sortieren und dann diese Listen priorisieren. Das habe ich damals alles gemacht. Ja, und da sind dann eben herausgekommen, was jetzt wirklich wichtig für mich ist. Ja, und dann die Taskblocks sind quasi so das Herzstück des HB90-Kurses oder des HB90-Systems. Ein Taskblock hat 30 Minuten. Ihr kennt vielleicht alle die Pomodoro-Methode. Pomodoros sind 25 Minuten fokussiert arbeiten, zum Beispiel lernen oder 25 Minuten fokussiert schreiben. Kein Social Media in der Zeit, keine E-Mails checken, keine Unterbrechungen und dann 5 Minuten Pause. Und das Ganze dann wieder. Ja, und da hast du dann quasi hier eine ganze Woche aufgedröselt in 30 Minuten Blöcke von 6 Uhr morgens bis Mitternacht. Ja, und da habe ich dann quasi mal erstmal das weggestrichen, weil ich schlafe bis 8. Ich stehe vorher 8 nicht auf. Naja, okay, jetzt im Sommer vielleicht stehe ich um 7 herum auf, aber also, ja. Und da habe ich dann eben einfach rausgestrichen, wann ich keine Zeit habe. Und dann habe ich errechnet, wie viel Zeit ich eigentlich pro Woche Zeit habe. Wie viele Taskblocks ich habe. Ich bin damals, als ich das das erste Mal ausgerechnet habe, auf die konservative Zahl 70 gekommen. Und die war wirklich näher an dem dran, was ich dann nachher schlussendlich geplant hatte. Ja, dann hat man hier quasi einen Time Estimator. Da hat man quasi das ganze Quartal auf einen Blick. Und dann kann man da wegstreichen, an welchen Tagen man überhaupt keine Zeit hat, an welchen Tagen man weniger Zeit hat und so. Vielleicht fährt man auf Urlaub. Vielleicht hat man da Geburtstag und da sagt man, da arbeitet man nicht. Und dann kommt eben eine andere Zahl raus, wenn man denkt am Anfang, oh ja, ein Quartal hat 90 Tage. Das heißt, ich habe 90 Tage Zeit. In Wirklichkeit sind es viel weniger Tage. Und dann kann man eben ausrechnen, wie viele Taskblocks man dann schlussendlich übrig hat. Ja. Und dann geht es zu den Recurring Tasks. Und zwar sind es die Tasks, die immer wieder verkehren. Also, was zum Beispiel, was mache ich täglich? Ich schaue täglich die ZIP-Zeit im Bild. Ich gehe einkaufen fast täglich. Ich arbeite täglich. Journaling, also Tagebuchschreiben ist mir sehr wichtig. Ich versuche auch Yoga jeden Tag zu machen. Und natürlich kommt dann noch Essen und Kochen dazu. Solche Sachen, die man halt einfach machen muss. Dann auch wöchentlich, monatlich, quartalsweise und sogar jährlich kann man alles ausfüllen. Habe ich nicht gemacht, weil eigentlich, ja, ich arbeite im Homeoffice immer noch. Und ja, eigentlich sehen die Tage bei mir immer relativ gleich aus. Ja, und dann geht es schon los mit, endlich mit der Zielsetzung. Ja, da hat man hier dann einiges zum Lesen, weil, beziehungsweise Videos zu schauen. Der Kurs ist nämlich eigentlich ein Videokurs. Ja, und dann kann man da schon brainstormen. Und ich bin dann letztes Quartal, habe ich gesagt, ich möchte mehr Bücher verkaufen. Und dann hatte ich noch den, quasi den grünen Plan. Der war, der ist arbeitsrelated, könnte man sagen. Ich werde nämlich Buchhalterin. Und ja, also da geht es eben hauptsächlich um den Kurs, aber eben auch um meine Wohnung etc. Ja, und Goal 3, also das dritte Ziel, das war Mental Health Related. Und ich werde das eigentlich jetzt auch im nächsten Quartal, werde ich diese Ziele eigentlich genauso beibehalten. Ich habe sie ein bisschen getweakt. Kann ich euch dann gleich noch zeigen. Ja, und dann bekommt man nochmal so ein Task-Block-Sheet. Und da kann man dann schauen, wie viele Tage man jetzt wirklich Zeit hat. Oder wie viele Task-Blocks man wirklich hat. Und ich habe dann einfach, da ich dann gesagt habe, okay, die Arbeit muss ich nicht wegstreichen von den Task-Blocks, die ich habe, sondern ich nehme die einfach mit rein in mein Ziel, hatte ich dann auf einmal mehr Zeit und bin auf die Zahl 123 Task-Blocks gekommen. Das ist verdammt viel. Ja, dann hat man hier den Project Brainstorm mit den ganzen Tasks, die man für, also mit den ganzen To-Dos quasi, die man für ein Ziel hat. Ja, und da ist dann quasi das Ziel nochmal aufgedröselt. Also man hat da in diesem Workbook wirklich alle Möglichkeiten, alles wirklich aufzuschreiben. Ich finde, da hat die Sarah wirklich an alles gedacht. Ja, genau. Und der Project Planner, ganz ehrlich, der ist super. Ich glaube, ich werde mir den einfach rausziehen aus diesem PDF und den nochmal ausdrucken, weil der ist wirklich Gold wert. Also das ist der Project Planner. Und dann geht es eigentlich schon los. Die Milestones habe ich beim letzten Mal nicht gemacht dieses Jahr. Aber dieses Quartal werde ich es aber definitiv noch machen. Ja, und dann geht es da schon los. So sieht eine Woche aus. Ja, und da sieht man dann eigentlich auch schon, dass ich eigentlich mit der ersten Kalkulation von 70 Task-Blocks pro Woche wesentlich besser dran lag, als eigentlich gedacht. Und ja, ich versuche das Ganze mit Color-Coding zu machen. Das ist der Stift, den ich dabei benutze. Der ist von Pusheen. Und der hat ganz viele Farben. Und ich habe halt einfach gesagt, ja, okay, Lila ist meine Schreibarbeit. Grün ist die Arbeit. Und Pink ist das Mental Health Goal. Ja, und da sieht man dann eigentlich, wie es sich dann in den nächsten Wochen dann immer entwickelt hat. Ich bin immer so bei circa 78 Task-Blocks dann schlussendlich stehen geblieben. Also ich denke, realistisch gesehen könnte man sagen, wenn ich 80 Task-Blocks in der Woche habe, dann komme ich da ungefähr drauf. Außerdem hat man jeden Monat ein Review. Also eigentlich hat man jede Woche ja schon quasi dieses Review. Da wird eben so gefragt, worauf bin ich stolz? Was war schwierig? Bin ich auf dem richtigen Weg? Was für Deadlines kommen? Und was muss ich machen, um erfolgreich zu sein? Das ist jede Woche zu beantworten. Habe ich nicht immer gemacht. Aber an sich sollte man sich... Also an sich, ich bin da auch jemand, der da eigentlich relativ streng mit mir selbst ist. Und dann sagt, okay, aber du musst dich hinsetzen und dir Zeit dafür nehmen. Ja, und dann jeden Monat hat man dann quasi auch ein Review zu schreiben, wie es denn so gelaufen ist. Und der Jännerling lief bei mir überhaupt nicht gut. Um es mal so zu sagen. Ja, Februar war dann auch viel zu tun. Da bin ich dann auf Urlaub gefahren. Aber der Urlaub hatte auch mit dem Schreiben zu tun. Ich war nämlich auf einem Schreibretreat. Ich habe mir... Weil mein Buch spielt in Bad Gastein. Nicht das Fußballbuch, ein anderes Buch. Das Vampirbuch, das spielt in Bad Gastein. Und da habe ich gedacht, ich fahre jetzt nach Bad Gastein und mache dann quasi Recherche für mein Buch. Ja, das hat super geklappt. Ja, bis ich dann zurückgekommen bin und einfach mal eine Woche komplett vergessen habe einzutragen. Ja, ich muss sagen, ich verwende diesen monatlichen Überblick so gut wie nie in keinem meiner Planer. Ich muss mir dafür mal etwas überlegen. Vielleicht mache ich da einen Workout-Tracker oder sowas rein. Aber ja, ich benutze den eigentlich in keinem meiner Planer so wirklich. Ja, und das war dann schon der März. Ich tue jetzt mal fast forward. Ende März ist Ende des Quartals. Und deswegen hat man da kein Monats-Review, sondern ein Quartals-Review. Und das ist... Da schaut man eben... Das ist etwas länger. Da schaut man, was wichtig war. Dann hat man hier noch Notizen. Und dann geht es schon weiter mit dem Q2. Ich habe dann schon gesagt, ich habe mir jetzt quasi wieder... Ja, mit den Listen habe ich mich diesmal nicht aufgehalten, weil ich die noch vom letzten Quartal hatte. Es hat sich dann nicht so viel geändert. Ja. Und deswegen komme ich dann zu diesen Zielen. Ja, ich habe da Zahlen hingeschrieben. Bitte vergleich dich nicht damit. Wenn du selbst Bücher schreibst oder so, die sind wirklich bloß für mich. Vielleicht sollte ich die auch abdecken oder so. Ja. Und diesmal habe ich die Ziele anders aufgeteilt, weil die auch in meinem Passion Planner Daily, den ich täglich verwende oder fast täglich verwende, so aufgeteilt sind. Da kommt nämlich zuerst My Game Changer Goal, dann kommt Personal und dann kommt Work. Und so halte ich das quasi jetzt, damit das dann in der gleichen Reihenfolge wie ihm. Wem Passion Planner Daily ist, den ich euch in einem anderen Video zeige. Ja. Und da war dann wieder der Projekt-Brainstorm. Habe ich diesmal gar nicht so genau ausgefüllt, weil ich eigentlich eh schon wusste, was jetzt alles kommt. Und ja, Future Projects, die fülle ich eigentlich nie aus, weil ich habe die alle in Trello. Ein Teil von dem HP-90-System ist nämlich ein Kanban-Board. Was genau das ist, erklärt auch die Sarah auf ihrem Kanal ganz toll. Ich persönlich kannte das Kanban-Board schon von der Arbeit. Ich arbeite nämlich in einer IT-Firma. Und wir sind so Agile und Scrum-basiert und deswegen ist ein Kanban-Board, da ist da quasi, das gehört dazu. Ja, und dann habe ich mir ein Kanban-Board quasi für die Schreibarbeit gemacht. Und deswegen sind die Future Projects, die sind alle da in dem Kanban-Board schon geparkt quasi. So benutzt man eigentlich ein Kanban-Board nicht. Muss man gleich dazu sagen, das ist ein bisschen appropriated. Aber es funktioniert so für mich, sagen wir mal so. Ja, und jetzt beginnt dann schon bald der April. Nämlich morgen. Ja, wirklich beginnen tut er dann aber eh erst am 4. April. Und ja, dieser April wird richtig, richtig spannend. Ich habe nämlich die Buchhaltungspraxisprüfung im Mai. Das heißt, ich werde viel lernen. Es ist Camp NaNoWriMo und ich habe ein Vampirbuch fertig zu schreiben, weil das will zu meiner Beta-Leserin und die hat Osterferien und in den Osterferien hat sie viel Zeit. Hallo Anna, wenn du das schon anschaust. Deswegen muss das eben noch fertig werden. Das heißt, es ist so parallel in das Camp quasi hineingeblutet, das Vampirbuch. Und dann kommt da noch das Camp-Projekt. Das ist Kitty. Und Kitty soll dann noch in diesem Quartal herauskommen. Nämlich passenderweise zur Festivalsaison, also im Juni. Und das ist dann quasi jetzt, Kitty fertig kriegen, mein Camp-Projekt. Also ich mache Camp NaNoWriMo. Ich habe zu lernen, ich habe viel zu tun, ich habe zu arbeiten. Und natürlich soll auch meine Mental Health nicht zu kurz kommen. Das heißt, es wird ein sehr spannendes Quartal. Und ja, in meinen wöchentlichen Plan With Me's wirst du diesen kleiner dann natürlich auch sehen und ausgefüllt und alles Mögliche. Ja, das ist soweit, wie ich ihn jetzt mal habe. Ich kann den noch quasi aus dem letzten Quartal diese Woche zeigen. Da muss ich noch ein bisschen ausfüllen. Jetzt diese Woche. Wir sind in der Woche vom 28. März bis 3. April. Ja, da habe ich dann nämlich hier die Möglichkeit, die Task-Blocks auszufüllen. Und es hat wirklich funktioniert. Ich hatte 16 Task-Blocks. Wifi. Ich mache das Ganze nämlich am Wifi Wien. Das ist quasi ein Erwachsenenbildungsinstitut. So. Ah, das geht nicht. 16 Stunden. Also es waren wirklich 16 Stunden. Gut. Ja, lernen werde ich dann morgen. Schreiben werde ich auch morgen. Kitty werde ich auch morgen. Und dann tanzen habe ich schon erledigt. Tagebuch geschrieben habe ich gestern auch. Und wir haben gestern Abend Rollenspielabend gehabt. Von 8 bis 9. Von 9 bis 10. Von 10 bis 11. Ja. Und so geht es dann quasi dahin. Und am Ende der Woche zählt man zusammen, wie viele Task-Blocks man wirklich geschafft hat. Also ich mache das jedenfalls so. Man muss es nicht machen, aber ich mache es so. Einfach bloß, damit ich die Daten habe, wie viel ich wirklich schaffe. Und damit ich das beim nächsten Mal planen einfach besser unterbringen kann. Diese Woche ist ziemlich heftig, weil ich sehr viel mit Freunden abhänge. Aber das gehört auch dazu. Das ist Teil meines Mental Health Goals. Und gerade jetzt nach der Pandemie ist es mir irgendwie, habe ich das Bedürfnis, ein bisschen mehr Zeit mit Leuten zu verbringen. Und ich werde mich dafür sicherlich nicht vorne entschuldigen. Ja. Gut, ich hoffe, das hat dir gefallen. Und wenn du mehr Infos zum HP-90-System suchst, werde ich dir alles unten verlinken. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche, wenn ich ein Plan With Me drehe. Tschüss. Vielen Dank.